Was soll das? Was wollt ihr von mir? Lass mich gehen, bitte! Fuck! Um sie zu finden, müssen wir uns in sie hineinversetzen. Und was machen sie sonst? Ich drehe Filme, meist Dokumentationen. Ist nicht verboten, oder? Nein. Hallo, kleines Mädchen. Tut mir leid. Man muss ihm echt Manieren beibringen. Ein verdammter Schmeich. Ein Schmeich! Ein Schmeich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017